ARD Text im Auftrag von Funk Khadar. 415. Was ist 415? Meine Gefangenennummer, brah. Schakel! Mein Schakel, du Schalopke! Du bist doch ein Teil geworden. Aber ich will in der Musikindustrie arbeiten. Du hast viel Geld? Viel Geld. Hast du nie gehört von Dr. Dre? Welcher Doktor du denkst? Ich hab Scheiße geworben. Ich hab seinen Koks verloren. Wie geht das Koks zu verlieren, Bruder? Weißt du nicht irgendein Ding, was ich trinken kann? In Stuttgart gibt es einen Goldhändler. Die kaufen Zahngold an. Von wie viel Gold sprechen wir? Was hast du schon wieder angerichtet? Wofan gehst du? Wie soll man das machen? Im Knast ein Album aufnehmen? Wenn ich rauskomme, bin ich wohl ein anderer Mann. G! 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 Lass mal bitte pennen, ja? Wie spät ist denn? Halb vier! Sorry, Jungs. Die Stadt ist nicht für dich. Wir hatten schon immer unser Leben geschrieben. Sie sind eine Formel. Ich verstehe kein Mensch. Es ist unser Leben eine Legende. Wie gehen wir zusammen? Sie sind einÁER. Was ist es für uns? Denn es ist dein Leben. Das ist ein Leben. Untertitelung des ZDF, 2020